aus dem menü raus aus dem menü du musst im hauptmenü auf die einstellungen und dann musst du push to talk rein machen und nicht auto transmit dann reden wir in game nur über push to talk weil das hat nämlich umgebungs dinge bums dann sind wir die ganze zeit alleine und das ist mega scary nee da bist du da klickst drauf und dann machst du push to talk rein und das für alles oder was okay ich starte ja okay drei zwei eins ich hab keine ahnung worum es geht okay was erwartet mich jetzt hallo hört ihr mich hallo ich hab angst jetzt schon hast du das spiel ist das ziegen opfer spiel ich höre euch hallo hallo ich seh links so bisschen hell was ist hinter dir Bart wiii no trespassing i don't give a damn jeet ich hab hier nen zettel Bart warte auf uns es war nicht die ziegen für das beschwörungsritual zusammen zu treiben gut dass ich so viel verdammtes heu hatte langsam frage ich mich ob es eine gute mauki was willst du du zwerg he ich fühl mich seltsam breche die beine wisst ihr was man machen muss damit ziegen in der nähe bleiben und muss die taschen dann aber ausmachen Bart jetzt halt deine maul und komm zurück zur gruppe also was müssen wir tun ich bin jetzt erst da also wir gucken erstmal alles an ziege 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 ich hab mich verlaufen hilfe wo bin ich hier let's go hier ist ein buch oder sowas kann man das kann man das nehmen warum kriegt dieses dings nicht auf hallo das fenster ist offen ich muss das nur hochschieben dahinter liegt ein verbandskasten junge Barty walt ah Burrito du bist klein komm mal her du kommst da bestimmt durch ja Bart spielt sein eigenes spiel der hat keinen bock mit anderen leuten zusammen zu spielen der macht das schon alleine der macht das schon alleine der macht das schon alleine oh habt ihr es gehört hat einer geschrieben da schreit einer ich hab Ziegen ich hab Ziegen gefunden das ist ne Rose muss man mit der vielleicht was machen ich glaub die kannst du mitnehmen oh ja das geht 1 von 25 fällt dir nicht auch dass bei den Ziegen irgendwas anders ist aber ich kann nicht genau sagen was so sehen Ziegen aus oh Gott die sind ja grauenhaft die findest du süß mauki oh mein Gott ich hab ein Zelda gefunden ich lese mal vorne 16. Oktober das ist alles was sich die Beobachter erhofft haben es ist fast an der Zeit die Ziegen zu opfern und das muss ich sagen wenn ich jetzt noch jemanden einbeziehen würde könnte ich meine Verbindung zu Azaze brechen und dann würde er verbrannt werden ok die Rosen kann man by the way sammeln oh hier oben ist er oh ich hab Feuer gemacht look mom i made it oh hey look mom i made it also ich geh mal den ich geh mal den Käfig aufmachen ne ich mein ich hab den Käfig Schlüssel oh oh müssen wir dann wieder aufpassen dass wir die Ziegen nicht abhauen oder so die haben rote Augen als ob die gefährlich sind vor dem Stroh rito willst du jetzt den Käfig Schlüssel hier wo ist denn Andi oh sorry i'm 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 coming i'm sorry oh mein Gott die haben die Ziegen freigelassen was tut ihr denn ich hab doch gesagt ich lasse dich frei sind sie in den Keller gelaufen in den Keller oh nein hallo Ziegen also 4 von 25 haben wir jetzt an Rosen ich hab einen Billardtisch gefunden hm oh ich hab einen Billardtisch gefunden liest mal kurz vor liest kurz vor kannst du den aufheben warte lass Bart vorlesen ja ich höre Azazes Stimme in meinem Kopf spüre seine Wut in meinen Adern ich habe das Gefühl dass ich die Kontrolle über ihn verliere ich verstehe das nicht ich kann die seltsamen Worte die aus meinem Mund strömen nicht aufhalten während ich sie spreche erheben sich seine Lakaien überall um mich herum und ich weiß nicht wie ich die Seite weiter umlettere äh ach so ich hab einen Schlüssel gefunden ich hab einen Schlüssel gefunden fürs Untergeschoss aber ich weiß nicht genau wo der passt hier vielleicht an dieser Treppe Schlüssel für Untergeschoss hier oben ja dann lass mal nach oben ja ich wollte eigentlich aufstehen also Leute ich würd gern mehr Jopen okay Bart macht Discord aus ach so stimmt ich kann mich ja nicht muten scheiße Maschallah einfach hier die Tür ist auf Dummkopf oh Messer nehmen wir jede eins und dann können wir uns wehren ich glaub das kann man nicht kann man nicht schade schade wie willst du dich gegen den Ziegendämon wehren mit nem Messer oh nö oh nö hab ich jetzt schon keinen Bock mehr oh scheiße fuck 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 mauki 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 ich bleib bei dir warte warte komm mit komm mit komm mit ich hab keine Ahnung sicher dass das nicht normal ist dass das da flackert aber jetzt flackern die auch hier unten ich hab Angst oh 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 okay Virtual n na dann hier oben ist noch ne rose hier oben ist noch ne rose hier ist alles gut oh 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 ich er texts maywords ne rose auf dem Tisch. Guck mal, ich habe einen Brief gefunden. Ich kann den vorlesen, wenn ihr wollt. Oktober? Sie scheinen das Licht zu fürchten. Ich versuche, sie aufzuhalten, aber Hilfe. Verzeihen Sie mir. Ah, ich habe einen Kellerschlüssel. Ich habe einen Lesesaal. Schlüssel. Also, ich habe keinen Lesesaal. Ich habe einen Lesesaal-Schlüssel. Ach so, da. Also, oben gab es noch einen... Oh, mein Gott! Was? Oh, da ist sie. Ich glaube, es ist wie ein Fass, wo man nicht zu nah ran darf. Morito, alles gut. Wir gehen jetzt nach oben, wir gehen in den Lesesaal. Guck mal, wenn sie unten ist, kann sie oben nicht sein. Komm einfach mit. Das ist ein Geist, der gibt keinen Fick darauf, Alter. Ohne Scheiß, wenn sie da nicht ist, dann kann sie nicht, glaube ich, sein. Ich bin verlaufen. Wo seid ihr? Oh, hier ist eine Ziege. Oh, hier ist eine Rose. Hallo. Gibt es hier eine Bibel? Hallo. Na du? Gibt es hier eine Bibel? Na du? Gibt es hier eine Bibel, Alter? Na du? Ja. Hier ist noch ein Schlüssel. Mach mal dein Licht aus. Komm nach draußen. Gemeinschaftsbadezimmer. Hier, mach mal dein Licht aus. Es wird doch gesagt, dass die folgen, wenn kein Licht an ist. Guck, jetzt ist sie hier. Man sieht die dunklen, roten Augen. Ja, jetzt folgt sie mir. Guck. Ja, dann riechen wir nach draußen, Brüder. Wo ist sie denn jetzt? Ja, nö, nö. Mach du. Die geht Richtung Dachboden gerade. Wo seid ihr, Mauki? Oh shit, da ist sie ja. Schlüssel Bibliothek benötigen wir hier. Okay. Äh, die stoffert gerade an euch vorbei. Wirklich? Wirklich? Ja, ja, ja. What are you stepping here, bro? So, lass lieber wieder in den Raum mit dem, lass in den Raum mit dem Wippen in Schaukelstür gehen. Nein, ich will nicht mit Bart gehen. Warum nicht? Ich würde auch nicht mit Bart gehen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Alter, der Raum hier ist vollkommen safe. Hier geht's raus einfach mal. Hier waren wir eben. Mach einfach mal die Türen zu, dann können die nicht rauskommen, Brüder. Das stimmt nicht, das ist ein Geist, Mann. Ja, aber du siehst dann, wenn sie da durchkommen. Was machen wir denn mit, 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 mit diesem Blaulicht, weiß ich nicht. Hier. Hier rein ist der TV-Raum. Sie haben euch vermisst. Ziege! Ah, da ist eine Ziege! Mach mal euer Licht aus. Mach mal euer Licht aus. Mach euer Licht aus. Oh, nüß. Guck mal. Hier, frisst. Du musst das Licht ausmachen. Oh, ja, ich mach das Licht aus. Sie frisst, sie frisst, sie frisst, sie frisst. Hab sie! Ah, geil. Ich hab sie! Oh mein Gott, mal jetzt sie am Hals fest. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt Opfern gehen, wenn wir mitkommen. Ja, let's go. Wir haben die eine Ziege und dann einfach verscheucht leben, ne? Egal, erst mal eine Ziege. Hier geht's raus. Okay, Ani, du schaffst das. Will noch jemand das Heu hier mitnehmen? Ja, ich hab hier draußen Heu. Ah, da ist er! Wo? Wo bist du, Murak? Ach, lol. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott, was ist das? UV-Licht. Es war ein Dämon, du musst ihn mit UV-Licht anstrahlen. Was war das? Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Walla, Morghulis, Bruder. Okay, wir müssen ihr einfach jetzt aus dem Weg gehen. Geht um sie herum. Ja, hier standen sie. Aber UV-Licht hat einen Charge. Leute, UV-Licht lädt auf. Wenn ihr kein UV-Licht mehr habt, dann Vorsicht. Mhm. Das funktioniert nur, wenn sie rote Augen hat. Ja, okay, hau rein, Alter. Verpiss dich, ich hasse dich sowieso. Einfach drumrum. Wollen wir die Ziege opfern? Vielleicht? Burak? Hast du sie schon geopfert? Ja, ich hab sie geopfert. Ja, ja. Ich hab eine mehr Tiefen bekommen. Das hieß Medium Rare. Oh, 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 sie kommt an uns zu. Ja, er lauft an dir vorbei. Willst du dir noch die Hand geben? Ich- Oh, no, 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 no. Walla, mashallah. Anni? Wie da? Michi? Ich glaub, da ist zo, oder? Ich weisd wo ich bin, hallo? Warte, 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 warte. dueue, Anni. Ja, genau, Anni, genau. Ja, rechts, nächster, rechts, Sarthi. Ja, toll. Hallo. Ich habe jetzt nochmal Heu dabei, ne? Falls das hilft. Ja, ich habe auch Heu dabei. Ich habe nichts dabei. Ich habe Angst dabei.